Im Studio begrüße ich Prof. Stefan Fröhlich, den Politikwissenschaftler von der Universität Erlangen-Nürnberg. Wir haben ja diese Woche schon mal miteinander gesprochen. Die Lage hat sich seither nicht verbessert. Das haben Sie ja durchaus erwartet. Und im Laufe des heutigen Tages hatte man auch immer das Gefühl, wenn es tatsächlich, und es ist ja noch nicht klar, zu einer Bodenoffensive kommen sollte in dieser Nacht, wird sich die Lage garantiert überhaupt gar nicht verbessern, denn das Problem bleibt. Was wird mit den Geiseln, was mit Hamas und was wird mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die ja auch unter der gesamten Situation leidet? Wenn Sie so eine erste Einschätzung jetzt eingeben, dieses heutigen Tages, wie sieht die aus? Ich würde nach wie vor sagen, dass, wie Sie schon richtig sagen, das Problem bleibt, das kriegt Israel auch nicht aus der Welt geschafft. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Das ist ein Spagat, der eigentlich gar nicht zu vollziehen ist. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Hamas natürlich auch gewappnet ist. Ich gehe davon aus, und viele Experten sind sich da oder sind da der gleichen Meinung, dass diese ganze Aktion, das von langer Hand vorbereitete Massaker, so muss man ja sagen, dass das eben immer auch einkalkuliert hat, eine solche Reaktion. Dass die Geiselnahme natürlich ein ganz gezielter Schritt gewesen, ein strategischer Schritt, um damit Israel dann auch im Nachhinein nicht nur Zugzwang zu bringen, sondern auch in äußerste Verlegenheit tatsächlich. Und das kriegt Israel nicht gelöst. Deswegen glaube ich, alles, was wir jetzt hier hören, die Bodenoffensive, ich glaube, sie wird nach dem gleichen Muster wie bisher sich vollziehen in den letzten Tagen. Es werden Bodentruppen reingehen, sie werden genauso auch wieder rausgehen. Man wird sich vielleicht weiter vorarbeiten in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art und Weise sich erhoffen, dass man ein klareres Bild noch von der Lage bekommt. Ich glaube, dass man das aus der Luft viel besser hinbekommt. Und ich glaube, dass der Hauptakzent nach wie vor auf Luftschlägen liegen wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen. Und dass auch Israel ganz klar parallel darauf setzt, dass irgendwie etwas auf dem Verhandlungsweg zustande kommt, in puncto Geiseln. Katar ist bekanntermaßen dran und hat auch von Israel klar grünes Licht bekommen. Das wird mit Sicherheit weitergehen. Israel kann sich auch nicht erlauben, der Druck Amerikas ist sehr deutlich. Und Amerika ist in dem Zusammenhang, oder die USA sind einmal mehr die gewichtigste Stimme hier und haben den meisten Einfluss wohl auf Israel, auf Netanyahu, auf die Regierung. Und da ist die Botschaft auch sehr, sehr klar. Überzieht das Ganze nicht, überspannt das nicht, löst erst das Geiselproblem, bevor er weiter an irgendeine Bodenoffensive denkt. Und denkt daran, dass im Moment fast für die ganze Welt ja auch eigentlich im Vordergrund steht, auch die drohende humanitäre Katastrophe für die Palästinenser. Wie nah ist Amerika denn schon dran? Wir wissen von Flugzeugträgern, die vor der Küste Israels im Mittelmeer kreuzen. Wir wissen, dass natürlich Geheimdienste, ganze Abteilungen, das Pentagon, das Weiße Haus, sie werden alle rund um die Uhr damit arbeiten, mit diesen Themen. Aber wie nah sind Sie dran, möglicherweise mit eingreifen zu müssen? Also Amerika will das partout nicht. Aber Amerika wird nichts unterlassen, um eben klare Abschreckungssignale zu senden. Und sollte irgendeiner tatsächlich das Ganze überspannen und überdehnen und tatsächlich einen solchen Schritt, wir denken jetzt zunächst natürlich vor allen Dingen an Iran, sollte Iran weitergehen, sollten die Hezbollah sich einmischen, sollte es auch zu weiteren, wir haben ja Reaktionen der Amerikaner schon gesehen, es hat ja nun Angriffe gegeben auf Stützpunkte gegeben im Irak und in Syrien. Und wir haben ja auch gehört, dass die Amerikaner ja nun auch dort schon gezielte Angriffe ihrerseits oder Gegenschläge durchgeführt haben. Natürlich, wie man so schön sagt, im Militärjargon ganz chirurgisch, aber Amerika zeigt im Grunde genommen und sendet das Signal, das klare Signal aus, geht ihr zu weit, dann stehen wir parat. Und Amerika spielt auch hier in dem Zusammenhang, auch im Zusammenspiel mit Netanyahu, mit Sicherheit ein Stück weit auf Zeit, um sich hier tatsächlich auch selbst noch ein bisschen mehr zu mobilisieren und aufzustellen. Auch das erleben wir. Wir erleben diese Bewegung natürlich im Moment. Amerika bereitet sich durchaus auf Schlimmeres vor, aber möchte das partout vermeiden. Deswegen sind das klare Abschreckungssignale, insbesondere in Richtung Teheran. Wagt euch nicht weiter, auch in Richtung Syrien, Irak. Syrien hat es heute schon zu spüren bekommen. Im Osten des Landes sind also gezielte Schläge durchgeführt worden, nach verschiedenen Angriffen auf Stützpunkte der Amerikaner. Wie sehr bereitet sich denn auch die andere Seite, also Iran bzw. die Hezbollah, vor? Denn es wurde ja durchaus auch heute vermeldet, dass Hezbollah gedroht hat, wenn die Bodenoffensive kommt, dann würden sie brutal eingreifen. Ja, also ich glaube, bei all dem alle spielen oder alle setzen natürlich auf maximale Abschreckung. Und dennoch gehe ich bei allen Beteiligten, bei allen Akteuren davon aus, dass keiner diese Provokation will oder keiner die offene Konfrontation hier sucht. Iran will das nicht. Hat auch was damit zu tun, dass die Stimmung im Lande, im Iran eben auch sehr kritisch ist und dass dort die Mehrheit, wir sehen zwar andere Bilder, die teilweise suggerieren, die Massen, die hier sich erheben und für die Palästinenser aufstehen und auf die Straßen gehen, suggerieren ein Stück weit, dass da auch Ungemach droht. Aber ich glaube, das haben die Mullahs tatsächlich im Iran natürlich im Griff und unter Kontrolle. Iran will das nicht. Die Hezbollah will das eigentlich im Moment auch nicht. Die Situation, die Lage im Libanon ist also auch in hohem Maße unruhig und problematisch. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Hezbollah eingreift, dass wir das gleiche Bild erleben werden, dass die Iraner und das Regime in Teheran gleichermaßen sagen wird, wir haben nichts gewusst, wir nicht, obwohl wir alle natürlich wissen, dass Iran dahinter steht. Also alle versuchen hier, und Iran hat vor allen Dingen daran Interesse, erstens seine beiden Vorposten gewissermaßen nicht zu verlieren, aber auf der anderen Seite auch nicht so weit zu gehen, dass sie sich für sie am Ende eben auch in die Presche schlagen. Das glaube ich nicht, das sehe ich nicht kommen. Deswegen alle spielen einerseits das Spiel der Abschreckung, aber glaube ich, keiner will die große Konfrontation. Das heißt auch, niemand hätte im Moment wirklich etwas zu gewinnen, aber alle hätten viel zu verlieren? Nein, hier hat keiner etwas zu gewinnen. Also wenn überhaupt diejenigen, also mit Sicherheit nicht die unmittelbar involvierten Akteure. Das wird schrecklich, das wäre blutig. Und man hört, man mag es gar nicht aussprechen, aber man kann eigentlich nur sagen, diejenigen, die vielleicht viele Außenstehende oder die externen Akteure, die wichtigsten, Russland und China, würden vielleicht sehr wahrscheinlich das durchaus einkalkulieren und würden sagen, das ist für sie ein Gewinn. Amerika zu binden, Amerika in eine weitere Front im Grunde genommen zu führen oder zu bringen oder zu zwingen, kann für Russland natürlich nur im eigenen strategischen Interesse liegen, mit Blick auf die Ukraine. Das ist gar keine Frage. Sie haben bei der Aufzählung externer Akteure, wie Sie es gerade wörtlich genannt haben, die Europäische Union nicht genannt. Nun hat die Europäische Union aber gerade gestern und heute einen Gipfel in Brüssel abgehalten und hat ja durchaus auch ein Ergebnis geliefert. Aber das Ergebnis war schwierig und es war sehr, sehr schwierig zu erzielen. Und möglicherweise wird es eine Friedenskonferenz geben, der spanische Ministerpräsident hatte so etwas vorgeschlagen. Aber man sieht schon, dass Europa gespalten ist bei der Beurteilung und bei den Plänen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Das ist etwas, was wir aus der Vergangenheit gleichermaßen kennen. In einer Ostfrage waren die Europäer immer, abgesehen davon, dass sie vielleicht die EU in Brüssel mehrheitlich eigentlich immer den Amerikanern gefolgt sind in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Obwohl das nicht immer, sagen wir mal, vordergründig den Anschein hat oder hatte, weil ja die Europäische Union lange Zeit so ein bisschen eher als neutraler Broker auch zwischen Israel und der palästinensischen Seite oder der arabischen Seite gegolten hat. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Interessenlagen der Mitgliedstaaten auch sehr unterschiedlich sind. Eher pro-arabisch, pro-palästinensisch auf der einen Seite, dann pro-israelisch auf der anderen Seite. Also wir haben hier in dieser EU 27 natürlich einmal mehr erlebt, dass es schwer ist, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Dafür haben wir gestern einen gefunden, der eigentlich auch mindestens so weit reicht oder nicht hinter dem zurückbleibt, was andere, was allen voran die Vereinigten Staaten auch fordern. Und das ist zunächst einmal, und das wäre wirklich der Gewinn für alle Beteiligten erstmal, die humanitäre Katastrophe zu verhindern, jetzt in irgendeiner Form vielleicht einen humanitären Korridor zu schlagen, Feuerpausen hinzubekommen, damit diese Situation erstmal entschärft werden kann und vielleicht parallel dann auch noch Hoffnung für die Geiseln bestehen kann. Alles andere würde für alle nur eine Niederlage bedeuten in der jetzigen Situation. Was Sie gerade sagen, Korridore und Pausen, das ist ja wörtlich das, was die Europäische Union vorgeschlagen hat und in ihrer Brüsseler Erklärung gesagt hat. Gleichzeitig gab es aber heute ja noch ein weiteres Gremium, das abgestimmt hat und das geurteilt hat über die Entwicklung. Das waren die Vereinten Nationen. Und da gab es ein Ergebnis, das aus deutscher Sicht ja schon sehr nachdenkenswert ist. Da haben 120 Nationen der Welt einer Resolution, die Jordanien eingebracht hat, zugestimmt. Deutschland hat sich enthalten und Deutschlands Verbündete sozusagen ja auch. Aber wie kann man damit leben, dass 120 Länder der Welt anderer Meinung waren? Das zeigt nur, wie tatsächlich gespalten natürlich die Welt auch in dieser Frage ist. Das ist das eine. Das andere hat etwas damit zu tun, dass dieser Wortlaut oder dass diese Resolution der Generalversammlung, muss man ja sagen, eine nicht bindende Resolution, die also nicht in irgendeiner Form rechtlich verbindlich ist, anders als wenn das vom Sicherheitsrat gekommen wäre, dass die so formuliert ist, dass sie denjenigen, welchen die im Moment, und dazu gehört Deutschland auch, ganz unverbrüchlich an der Seite Israels stehen, immer wieder darauf hingewiesen haben, Ja, alle wollen die Feuerpause. Jeder der dort anwesenden Staaten, glaube ich, in der Generalversammlung wünscht das, um die humanitäre Katastrophe in irgendeiner Form zu vermeiden oder zu entschärfen, die Situation. Die Frage ist eigentlich nur die, dürfen parallel sozusagen die Kampfhandlungen andauern, in welcher Form? Und da ist man eben unterschiedlicher Meinung. Und da steht Deutschland auf dem Standpunkt, dass das weiter gelten muss und zutrifft und dass Israel weiterhin das Recht hat. Allerdings auch verbunden natürlich mit dem klaren Plädoyer, ähnlich wie die Vereinigten Staaten das auch kommunizieren, mit aller Vorsicht eben und eben immer unter Beachtung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts insbesondere. Das ist die Linie. Und insofern, glaube ich, sollte man jetzt dieser Spaltung, 120 für und 40 Enthaltungen, wie wir so in etwa, wie wir gesehen haben, der sollte man jetzt nicht zu große Bedeutung beimessen, sollte man nicht zu viel hineininterpretieren. Denn eigentlich herrscht Konsens darüber, dass man irgendeine Lösung finden muss für die humanitäre Katastrophe. Andererseits, die Gespaltenheit rührt wix an der Frage oder in der Frage, wie sehr kommt das schon oder steht das in Verbindung mit einem Waffenstillstand, mit einem länger anhaltenden, der dann vielleicht beiden Seiten, auch der Hamas, wieder die Möglichkeit gibt, sich neu zu formieren, zu positionieren. Das ist die große Frage. Hier würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Prof. Fröhlich, vielen Dank für unser erstes Gespräch. Wir werden gleich weitersprechen. Prof. Fröhlich, wir haben gerade ja schon darüber gesprochen. Sie sagen, man sollte das jetzt nicht überbewerten mit den 120 Ländern, die da sich für die Resolution ausgesprochen haben und mit den 40, 45 Ländern, die sich entweder enthalten haben oder dagegen waren. Deutschland war da mit dabei. Trotzdem, am Ende dieses Tages, diese Resolution ist nicht bindend, Sie haben es auch gesagt. Wenn der Sicherheitsrat als nächstes zusammentritt, was ist dann zu erwarten? Also, das ist vollkommen klar, aufgrund der Konstellation, die wir da haben, allein aufgrund der fünf ständigen Mitglieder, Russland, China, USA, da sitzen die entsprechenden Antagonisten zusammen und blockieren sich und werden sich einmal mehr blockieren, so wie Sie das in vielen anderen Situationen auch getan haben. Und dann wird natürlich auch wieder das Gerede groß sein über die Frage nach der Effektivität der Vereinten Nationen, Sinn und Zweck einer Institution, vor allem des Sicherheitsrats, der eigentlich als fast antiquiert gilt und natürlich nicht mehr zeitgemäß mit diesen fünf ständigen Mitgliedern, mit ihrem Vetorecht. Man wird sich blockieren. Es ist vollkommen klar, dass angesichts der Ausgangslage, der geopolitischen Interessen, die hier bei den entsprechenden Akteuren oder bei den zentralen Akteuren nun mal gelten und herrschen, dass da nichts zustande kommt. Das ist vollkommen klar. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Prof. Stefan Fröhlich. Sehr gerne. Diese Orientierung, dass man jetzt versucht, irgendwie die Zivilisten da in Gaza auch zu retten, ist die eine Seite, aber das Hauptziel Israels, das genannte Hauptziel Israels, es ist ja zunächst mal, die Geiseln irgendwie zu befreien. Haben Sie den Eindruck, dass man da heute irgendwie ein kleines bisschen weitergekommen ist? Es sind heute keine freigekommen, im Unterschied zu gestern oder vorgestern. Nein, aber ich glaube, dass diese Verhandlungen nach wie vor laufen. Und das, denke ich, ist auch, das ist der Grund, warum ich eigentlich auch davon ausgehe, dass wir jetzt nicht das zwar angekündigte oder die große Bodenoffensive jetzt erleben werden an diesem Wochenende. Man muss vorsichtig sein. Wir können wirklich die Lage im Moment sehr schwer beurteilen. Aber es wäre für Israel mit Sicherheit, ich sag mal, in dieser Situation eine unglaubliche Gratwanderung. Also man muss hier schon nach wie vor mit großem Bedacht und mit Vorsicht agieren und vorgehen. Denn der Druck in der israelischen Gesellschaft ist ja auch groß. Das darf man nicht vergessen, also in puncto Geiseln. Und dann haben wir den anderen Punkt und wir haben das ja eben auch bei den verschiedenen Staats- und Regierungschefs und EU-Vertretern einmal mehr sehr deutlich herausgehört. Die humanitäre Katastrophe und die humanitäre Frage und die Geiselfrage stehen im Moment eigentlich ganz zentral für die Außenwelt und für die Akteure, die beteiligten Akteure im Zentrum und im Mittelpunkt. Das mag für Israel zum Teil anders sein. Wir wissen übrigens, dass es was Interessantes auch in Israel ja offensichtlich Missstimmungen gibt zwischen Regierung und Militärs. Also die Militärs sind offensichtlich, wie wir hören, nach allem, was wir so an Informationen erhalten, weiter oder vielleicht etwas ungeduldiger drängen mehr. Netanjahu scheint im Moment eher, nach allem, was man hört, derjenige, welche zu sein, der vorsichtiger agiert und zögert. Und ich glaube, er tut tatsächlich gut daran. Insofern waren die Signale, die wir eben gehört haben, auch die erwartbaren. Interessant war eigentlich für meine Begriffe vor allen Dingen das, was Macron gesagt hat in puncto Bekämpfung des Terrorismus. Und auch der Bundeskanzler gesagt hat, die Warnung ausgesprochen in Richtung bis hin eben nach Teheran. Also wie die EU dies einlösen wollte, das, glaube ich, steht auf einem anderen Blatt. Prof. Stefan Fröhlich, vielen, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Tag, an dem man noch so wenig mit Sicherheit weiß, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen und uns durch Ihre Expertise zu helfen. Herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen guten Abend.